Herzlich willkommen zum dritten Input und zwar geht es hier um die Butch-Logik und als einführende Illustration habe ich Ihnen schon mal diese Eisenbahngleise mitgebracht und da haben Sie schon eine grobe Irriterung, um was es heute in dem Input gehen wird und zwar die Unterscheidung von Aussagen nach deren Wahrheitsgehalt nach wahr und falsch. Was ist die Zielsetzung für heute? Wir möchten Aussagen und Normen abgrenzen, wir möchten Wahrheitswerten, Aussagen zuweisen und uns elementarische, logische Verknüpfung von Aussagen anschauen und zum Teil immer wieder, wie ist es in der Alltagssprache und wie ist es in der Aussagenlogik als besonderen Teil, als für die MINT wichtige Sprache. Was ist unsere Motivation dafür, sich genau damit zu beschäftigen im Bereich von Sprache? Sprache ist überlagert, also Alltagssprache ist überlagert. Das bedeutet an dieser Stelle, dass ein Wort verschiedene Bedeutungen haben kann und diese können je nach Kontext völlig unterschiedlich sein und das ist auch die Erfahrung, die Sie tagtäglich im Alltag machen. Sie benutzen ganz intiv Worte unterschiedlich, je nach Kontext. Wenn nun aber Sprache im besonderen Maße präzise, logisch, strukturiert und operationalisierbar sein soll und wie die Verwendung eines Computers einbetten, dann wird klar, dass die verwendete Sprache in dieser Kommunikation mit der Maschine diese Eigenschaften erfüllen muss. Die Maschine braucht klare Anweisungen und zwar von uns Menschen, da sie nicht selbst denken kann, im Gegensatz zu uns Menschen. Und um den Titel der Aussagenlogik aufzugreifen, keine Angst, es gibt kein Fokus auf Formelsprache, sondern es geht um präzise sprachliche Beschreibung von Aussagen und das ist genau auch die Vorbereitung zur Algorithmisierung, wo sie weiter in Kommunikation mit der Maschine treten. Nun zum Begriff Boolean. Warum heißt es nicht oft nur Aussagenlogik, sondern Boole'sche Aussagenlogik? Und der Begriff geht auf den Mathematiker George Boole und dessen Logikalkül zurück. Und das hatte den Namen The Laws of Thought. Also es geht genau um die Gesetzmäßigkeiten, also die Gesetze des Denkens und das ist bereits im Jahre 1847 erschienen. Und die Grundlage dafür ist, dass man sich mit Aussagen beschäftigt. Was sind Aussagen? Aussagen sind, wie Sie es hier rechts mit dem Haken und dem Kreuz sehen, Sätze, die wahr oder falsch sind und sie sind als solche feststellbar. Was sind zum Beispiel ein paar Beispiele dafür? Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Alle Menschen sind sterblich. 2 plus 2 entspricht 7, ist auch eine Aussage, wenn auch eine falsche. Und, um nochmal einen Bezug auf die Algorithmisierung vorzunehmen, P gleich NP. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber es ist das große, ungelöste Problem in der Informatik, in der theoretischen Informatik, was erstmal P gleich NP. Man weiß nicht, ob es gilt oder nicht, aber die Konsequenzen dafür, wenn es gelten würde, wären unfassbar, weil dann würden alle unsere Verschlüsselungsalgorithmen, alle Sicherheiten, die wir über das Internet denken beim Online-Banking, das sie haben, nicht mehr gelten. Nein, also hier bleibt es weiter entspannt. Was sind denn Gegenbeispiele, also für Sätze, die keine Aussagen sind? Also Sätze im weiteren Sinne. Die Frage, wie spät ist es, ist keine Aussage, denn sie ist weder wahr oder falsch. Es ist einfach nur eine Frage, wie spät es ist. Auch ein Beispiel, was keine Aussage ist, du sollst nicht lügen. Die Aussage ist weder wahr oder falsch und sie ist auch nicht als solche feststellbar. Es ist vielmehr eher eine Empfehlung und man kann dieser zustimmen oder nicht. Auch, also die Abgrenzung zuvor, 2 plus 2 entspricht 7. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, 5 plus 4, dieser Teil hat keinen Wahrheitswert. Man kann nicht sagen, es ist wahr oder falsch, denn ich kann es überhaupt nicht feststellen. Oder auch persönliche Meinungen, diese Stadt ist berühmt wegen ihres guten Bieres. Das kann sein oder auch nicht, aber diese Subjektive, so etwas wie berühmt sein, ist auch nicht als solches feststellbar, nicht als solches. Und um es nochmal ganz deutlich zu machen, natürlich lassen sich nicht alle relevanten Sätze durch diese Art von Aussagen erschöpfend beschreiben. Das soll hier auch an keiner Stelle beschritten werden. Zur Erinnerung, was waren die Kriterien für Sprache aus Sicht der MINT-Perspektive? Es war präzise, logisch, strukturiert und operationalisierbar. Und mit dieser Art von Aussagen können wir zum Teil diese Sachen schon sehr gut erfüllen. Besonders die Operationalisierbarkeit, etwas ist wahr oder falsch und es ist als solches feststellbar. Und dann nochmal einmal, um den Gedanken von dem letzten Input aufzugreifen, natürlich gibt es sehr viele relevante Sätze, die sich dadurch nicht beschreiben lassen. Denken wir nochmal an Frau Rapp und ihre Liebesbriefarchive. Für die Fortführung des Gedankens im Sinne der Algorithmisierung lässt sich deswegen insbesondere die Reduktion, also die Unterscheidung von wahr und falsch gut verwenden. Und in den Ursprüngen der Algorithmisierung ließ sich das als wahr Schalter ein und falsch Schalter aus, auch leicht technisch umsetzen. Deswegen wurde, sehen wir 1847 ist diese Art der Beschäftigung von George Buhl entstanden, wurde dann in der Anfänge der Algorithmisierung des Bauen von Maschinen gut, ließ ich es gut verwenden, weil ich es gerade technisch gut umsetzen kann. Wie sieht es aber jetzt nun beispielsweise mit ethischen Fragenstellungen oder Empfehlungen und dieser Art von Sätzen aus? Und hierzu werde ich Ihnen nochmal Aussagen und Normen gegenüberstellen. Was können wir zu Aussagen sagen? Aussagen sind deskriptiv, also sie beschreiben etwas. Sie sind wahr oder falsch, und zwar ein ausschließendes Oder. Sie können verifiziert oder falsifiziert werden. Das bedeutet, ich kann nachprüfen, etwas oder etwas beweisen, dass etwas wahr oder falsch ist. Sie sind subjektunabhängig, sie gelten absolut, und es kann nicht zugleich eine Aussage und ihre Negation gelten. Und das ist eine direkte Forderung, dass sie sind wahr oder als ausschließendes oder falsch sind. Nun in Abgrenzung dazu die Normen. Normen sind präskriptiv, also so etwas im Sinne von wie vorschreibend oder eine Empfehlung abgebend hier in unserem Sinne. Sie sind weder wahr noch falsch und sind auch weder verifizierbar noch falsifizierbar. Und jede Norm wird durch, sie sind nicht subjektunabhängig, sondern vielmehr, dass jede Norm wird durch ein Subjekt durch einen Willensakt erzeugt. Und deswegen gilt eine Norm auch unabhängig von ihrem Normensystem. Ich kann zum Beispiel weder wahr noch falsch, aber ich kann vielleicht einer Norm zustimmen oder einer Norm nicht zustimmen. Und zwischen den Normen gibt es auch keine logischen Widersprüche. Und das waren genau wie vorhin zum Beispiel, Du sollst nicht lügen, wäre hier zum Beispiel eine Norm, die man als solches Beispiel betrachten könnte. Nun schauen wir uns noch die Verknüpfung an. Denn die Aussagen alleine sind nicht allzu spannend und es ließen sich auch keine komplexen und damit interessanten Anweisungen an unsere Maschinen im Sinne der Algorithmisierung vornehmen. Und die folgenden Verknüpfungen werden wir sowohl in der Alltagssprache als auch in der Sprache der Auslegen häufig verwendet. Also und, oder, nicht, wenn, dann, genau, dann, wenn. Und teilweise haben sie jedoch in der Alltagssprache und in der Sprache der Bohl'schen Aussagenlogik unterschiedliche Konnotationen, unterschiedliche Bedeutungen. Und das werden wir uns auch genauer anschauen. Nun schauen wir uns einmal das UND an im englischen AND und der Fachbegriff dazu ist die Konjunktion. Hier haben wir einmal die zwei Aussagen, einmal in rot, es scheint die Sonne und in orange, es ist wärmer als 25 Grad und wir verbinden diese mit einem UND. Was können wir nun jetzt? Es geht immer um die Wahrheitswerte von diesen Aussagen im Folgenden. Also beide Aussagen müssen gleichzeitig wahr sein, damit die verknüpfte Aussage, also der Gesamtsatz, auch noch mittels diesem UND wahr sein kann. Das bedeutet, es muss immer beides gelten. Wenn beispielsweise nicht die Sonne scheint, dann kann diese gesamte Aussage, es scheint die Sonne und es ist wärmer als 25 Grad schon nicht mehr gelten, weil eine einzige Teilaussage falsch ist. Also es muss immer jeder Teil wahr sein. Wenn wir das nun einmal weiterspinnen, wenn wir eine Verknüpfung von 100 Aussagen haben und nur eine davon ist falsch, dann gilt schon quasi, wenn wir alle mit UND verknüpft haben, schon die gesamte Aussage ja nicht mehr. Also es ist so das Beispiel, ein Gegenbeispiel reicht schon, um alles andere falsch zu machen. Und das wäre zum Beispiel in der Alltagssprache, sagen, okay, wenn nur eins dagegen ist, aber 99 dafür, dann stimmt es ja. In der Logik stimmt es nicht. Nun schauen wir uns noch mal das UND in der Alltagssprache an. Das UND wird in der Logik, im Gegensatz zur Verwendung der Alltagssprache, nicht im Sinne von anschließend, danach und, oder auch wie man es manchmal auch sagt, UND dann verwendet. Das ist in der Logik nicht so. Und das schauen wir uns hier noch mal in den zwei Beispielen an. Während wir die Sätze haben, er heiratete und wurde Vater, beziehungsweise er wurde Vater und heiratete. Und im Folgenden ist die zeitliche Reihenfolge wichtig. Im logischen Sinne besteht zwischen diesen Sätzen überhaupt kein Unterschied. Deswegen, die Logik reduziert damit aber auch die Anzahl der Informationen, wenn wir nur die Verknüpfung UND gebrauchen und nicht noch etwas an der zusätzlichen Information geben. So, jetzt schauen wir uns noch mal die Visualisierung dazu an, und zwar mit diesen Eisenbahngleisen. Hier haben wir einmal das Beispiel wie zuvor. Die Sonne scheint und diese Aussage, diese Teilaussage kann wahr oder falsch sein. Wenn die Aussage, die Sonne scheint, falsch ist, dann biegen wir einmal hier ab. Also die Sonne scheint nicht und ich kann nie wieder oben meinen Wahrheitswert erreichen, quasi für die Unverknüpfung. Denn wenn die Sonne nicht scheint, kann nicht gelten, die Sonne scheint und ist es mindestens 25 Grad warm. Wenn die Sonne aber scheint, bleiben wir hier auf dem Warngleis und müssen uns jetzt wieder fragen, ist es mindestens 25 Grad warm. Wenn das falsch ist, ist die ganze Aussage falsch. Wenn das auch wahr ist, dann ist einfach diese zusammengesetzte Aussage wahr. Nun, jetzt aber noch einmal Vorsicht, im Bild ist die zeitliche Abfolge relevant, da man hier auf verschiedene Gleisspuren gelangt. Also es ist hier ja ein Unterschied, ob ich erst frage, ob die Sonne scheint oder erst frage, ob ich und dann frage, ob es mindestens 25 Grad gab. Hier müssen Sie ein bisschen aufpassen bei der Visualisierung. Aber die Essenz ist endlich am Ende auf dem Gleis mit der Eigenschaft wahr. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich alle anderen Gleise einfach mit falsch betitelt. Nun kommen wir zu dem oder, im englischen or oder der Distribution. Und hier an dem Beispiel in Rot, die Teilaussage, heute ist Ihr Geburtstag oder, Zweitaussteil, Teilaussage in Orange, heute ist Weihnachten. Nun ist es egal bei dem oder, ob eine der, welche der beiden Teilaussagen wahr ist oder beide wahr sind. Es muss nur mindestens eine wahr sein und dann ist die verknüpfte Aussage wahr. In dem Sinne ist das oder in der Logik kein ausschließendes oder, wie man das oft in der Alltagssprache berechtigt, bei dem nur eins sein kann. Hier reicht es, wenn nur eine einzige Teilaussage wahr ist. Oder auch, jetzt können wir ein Beispiel nehmen, die Zahl 5 ist gerade oder die Zahl 5 ist ungerade. Wir würden sagen, ja, eins von beiden ist hier auf jeden Fall falsch. Das ist aber der oder Aussage egal. Es muss nur eine Teilaussage wahr sein. Nun schauen wir uns das oder in der Alltagssprache an. Hier haben wir den Satz, Nun möchte Milchreis oder Eis als Nachtisch. Und hier wird implizit darauf ausgegangen, dass nur eine Entscheidung für eines davon möglich ist. Also die Möglichkeit des Milchreis und Eis, wird hier in der Alltagssprache nicht mitgedacht. In der Aussagenlogik schon. Also bei oder dürfen auch alle Optionen gelten. Also Optionen gelten bedeutet, es dürfen auch alle Teilaussagen wahr sein. Und dann ist eine Verknüpfung mit oder immer noch wahr. Nun haben wir einmal noch mal das Beispiel, heute ist ihr Geburtstag oder heute ist Weihnachten. Einmal auf den Eisenbahngleisen. Wenn heute ihr Geburtstag ist, dann lande ich auf jeden Fall, das ist einmal hier, wenn heute ihr Geburtstag ist, lande ich auf jeden Fall auf dem Waaggleis und ich werde nie wieder davon wegkommen, denn ich habe ja schon eine Teilaussage, die wahr ist. Wenn jedoch die Aussage, heute ist der Geburtstag falsch ist, lande ich, muss ich nachprüfen, ob heute ist Weihnachten, war oder falsch ist und dann hängt es hiervon ab. Hier sehen Sie, es reicht von den Eisenbahngleisen, genau wenn eines davon wahr ist. Jetzt haben wir noch einen Teil, das sieht ganz ähnlich aus wie zuvor. Heute scheint die Sonne oder Weihnachten fällt dieses Jahr auf Ostern. Wir sind uns einig, dass die zweite Teilaussage sehr wahrscheinlich immer falsch sein wird. Das ist der Disjunktion aber egal. Wenn die Sonne heute scheint, dann ist diese komplette Aussage wahr, auch wenn hinten was auf jeden Fall Falsches steht. Nun kommen wir noch zu dem Nicht, dem englischen Not, also der Negation. Die Sonne scheint heute nicht und die Zusammensetzung ist wahr, falls die Teilaussage falsch ist und umgekehrt. Also wenn die Sonne heute scheint, eine wahre rote Teilaussage, dann ist die zusammengesetzte Aussage falsch. Wenn die Sonne heute nicht scheint, als falsche rote Teilaussage, dann ist die zusammengesetzte Aussage wahr. Und hier kommt nochmal ganz besonders der Punkt rein, dass eine Aussage nur wahr oder falsch sein kann. Also eine Nicht-Nicht, eine doppelte Negation, muss nicht unbedingt in der Aussagenlogik wieder wahr bedeuten. In der Logik bedeutet es auf jeden Fall. Nun schauen wir uns noch die Negation einer Konjunktion an. Das bedeutet, wir haben ein Und. Und anschließend, wenn wir zwei Aussagen mit Un verknüpft haben, wollen wir sie noch mit einem Nicht zusammensetzen. Also es gilt nicht, jetzt können Sie geklammert, es scheint die Sonne und es ist wärmer als 25 Grad. Wie können wir das aufschlüsseln? Diese zusammengesetzte Aussage, also die ganze obere Zeile, ist genau wahr, wenn einer dieser Fälle auftritt. Es muss nur mindestens einer dieser Fälle sein. Die Sonne scheint nicht, es ist maximal 25 Grad warm oder es dürfen auch beide falsch sein. Die Sonne scheint nicht und es ist maximal 25 Grad warm. Nun noch mal allgemein zu den Negationen. Wenn wir eine mehrfach zusammengeknüpfte Aussage haben, also wir haben, es gilt nicht, geklammert Aussage A und Aussage B, dann wird dazu von den Wahrheitswerten Nicht-Aussage A oder Nicht-Aussage B. Also das UND dreht sich einmal zu einem ODER um. Das ist genau, wie wir es hatten, wenn wir irgendwie sagen, es gilt nicht, das und das reicht es, wenn ein einziges nicht gilt. Und das haben wir genau hier abgebildet. Und das Gleiche natürlich auch folgt das ODER. Es gilt nicht, geklammert Aussage A oder Aussage B wird zu Nicht-Aussage A und Nicht-Aussage B. Nun noch zu unserer Negation von Intervallaussagen. Hier schauen wir uns einmal unten erst das Rote an. Also das bedeutet gerade hier, wir sind bei größer 25 und es soll um die Gradzahlen gehen. Also deswegen haben wir hier die 30 Grad und das würde hier so weiter gehen. Wenn die Temperatur ist größer als 25 Grad, wenn wir davon die Negation bilden, bedeutet gerade das, die Temperatur ist kleiner gleich 25 Grad. Und hier oben sehen wir diese, dass sich hier einmal das Zeichen umdreht und aber auch hier die Bedeutung, wo die 25 zugehört. Sie gilt gerade nicht in den roten Bereich, sondern in den blauen. Denn jeder Bereich, weil jede Aussage nur wahr oder falsch sein kann, muss genau zu einem gelten. Und das können wir natürlich auch mit kombinieren, also die kombinierten Aussagen machen. Und das, was hier unten steht, die Temperatur ist größer als 25 Grad und kleiner als 35 Grad. Also sie ist genau zwischen 25 und 35. Wenn wir das nicht machen, es bedeutet es nicht nur, dass die Temperatur kleiner als 25 Grad ist, es gilt aber auch, oder die Temperatur ist größer als, größer gleich als 35 Grad. Und hier sieht man es ganz deutlich, dass wir, hier sieht es nach einer einfachen Aussage aus, aber eigentlich sind es, die Temperatur ist kleiner als 25, größer als 25 und die Temperatur ist kleiner als 35 aus diesem und wird mit nicht genau unser oder. Nun noch zur Implikation, also wenn, dann oder im Englischen of, then die Implikation. Hier das Beispiel, wenn James Bond ein Fallschirm dabei hat, dann überlebt er den Sturz aus dem Flugzeug. Hier nochmal, ein bisschen schwer ein Beispiel zu finden, was nicht so ist. Es geht hier nicht um inhaltliche Zusammenhänge oder zeitliche Abläufe. Beispielsweise, wie man das sonst machen würde, wenn es regnet, dann ist die Straße nass, wenn man Geburtstag hat, dann ist man ein Jahr älter. Sondern es geht vielmehr, wenn, falls, falls, nicht wenn, sondern falls die erste Aussage wahr ist, dann ist auch zwingend die zweite Aussage wahr. Wenn die Aussage, wenn James Bond ein Fallschirm dabei hat, dann überlebt er den Sturz aus dem Flugzeug. Kann auch gelten für den Fall, also die Implikation als des Gesamtes wahr. Unter der Voraussetzung, James Bond hat kein Fallschirm, sondern ein Regenschirm dabei und hat nicht überlebt. Das ändert aber nichts an dem Wahrheit gehabt, dieser Aussage, weil die Prämisse, also der erste Teil der Aussage, wenn James Bond ein Fallschirm dabei hat, nicht wahr ist, wenn er nur ein Regenschirm dabei hat. Also wenn die erste Aussage falsch ist, ist es völlig egal, ob die zweite Aussage wahr oder falsch ist, denn die Implikation ist immer noch gültig. Und hier sagt man auch, die erste Aussage ist hinreichend, also ausreichend, was bei einer Gültigkeit der ersten Aussage auch die zweite Aussage wahr sein muss. Und die Implikation ist umgekehrt, nur dann falsch, wenn die erste Aussage wahr ist, also angenommen, James Bond hat ein Fallschirm dabei und überlebt den Sturz nicht. Das ist der einzige Fall, wenn die Implikation falsch ist. Und hier ist es, nochmal ganz deutlich zu sagen, weil es oft missverstanden wird, aus etwas Falschen kann ich alles folgern. Also wenn der erste Teil, der Wenn-Teil falsch ist, dann ist die Implikation immer noch richtig, weil ich aus etwas Falschen einfach auch was alles Mögliche folgern kann. Aber die Implikation ist immer noch richtig. Nun schauen wir uns nochmal die Verwendung der Implikation in der natürlichen Sprache an. Da wird, im Gegensatz zu Aussagenlogik, gerade Wissen über Kausade oder gesetzähnliche Strukturen ausgedrückt. Zum Beispiel, wenn der Schalter betätigt wird, dann geht das Licht an. Oder es werden Versprechungen gemacht mit Wenn-Dann. Wenn du das Bad putzt, dann koche ich das Abendessen. Es wird versucht, Verhalten zu regulieren. Wenn sie Wein kaufen möchten, müssen sie mindestens 16 Jahre alt sein. Hier gibt es natürlich ein Zusammen mit Kausalen oder gesetzähnlichen Strukturen. Da sich aber nicht daran gehalten wird, ist es auch zum Teil als Verhaltensregulation gemeint. Oder man möchte darauf hinweisen, wie Dinge anders geschehen hätten können. Wenn ich früher da gewesen wäre, hätte ich ihn noch retten können. Und hier sehen Sie einmal die Quelle dazu. Und hier sehen Sie, es sind ganz andere Dinge, die man damit ausdrücken möchte. Und es ist nicht, okay, wenn die erste Aussage wahr ist, dann muss auch zwingend die zweite wahr sein, sondern es ist ein viel größeres Spektrum, was hier abgebildet wird. Nun schauen wir abschließend uns noch die B-Implikation an. Das bedeutet genau dann wenn oder im Englischen if and only if. Also einmal die rote Teilaussage. Ein Lebewesen besitzt ein Herz, genau dann wenn, in einmal hier und orange, es eine Niere besitzt. Sprachlich umschrieben bedeutet das eigentlich, entweder sind beide Teilaussagen gültig oder es sind beide falsch. Im Englischen würde man es oft als both und neither bezeichnen. Ein weiteres Beispiel ist, der Stromzähler zählt genau dann hoch, wenn ein Gerät Strom verbraucht. Und die Abkürzungen, die man hier für oft verwendet, sind gdw für genau dann wenn oder im Englischen iff für if and only if. Manchmal ist auch die sprachliche Struktur von genau dann wenn einfach in der Satzstellung etwas anders. Genau dann besitzt ein Lebewesen ein Herz, wenn es eine Niere besitzt. Und damit möchte ich einmal den Input zur poolischen Aussagenlogik und zur Gegenüberstellung mit der Alltagssprache abschließen.